Lua Wecap, Loco Ja, das Wecap halte heute ich Wir haben angefangen Und zwar Hat Lucrezia und Larissa es geschafft Aus diesem Badehaus irgendwie rauszukommen Und leider Gottes sind Zwei Freunde Dort geblieben Und einer ist da leider gestorben Mit den Informationen Wurde Larissa und Lucrezia Dann Eine Handvoll Verstärkung mitgegeben Und somit konnten wir dann Erfolgreich Unsere Leute retten Es gab einen großen Kampf Konnten sie retten Haben uns dann Von einem Teil verabschiedet Die uns geholfen haben Eine Person ist dort geblieben Somit haben wir uns kurz ausgeruht Uns beraten Und haben Auch direkt am selben Tag weitergemacht Ist ja noch direkt weiter los Noch Kleinigkeiten entdeckt Kleinigkeiten erlebt Und haben Kampfgeräusche gehört Es gab einen Kampf Wo man im ersten Moment nicht wusste Was da gerade abgeht Weil Weil Leute gegeneinander gekämpft haben Aber wir haben es Geschafft Zu entziffern Welche Person Dort Falschlicherweise angegriffen wird Nenn ich es mal so Wer der Gute oder der Böse ist Ob es wirklich so ist Wird es sich irgendwann Vielleicht mal herausstellen Auf jeden Fall haben wir uns Für eine Person entschieden Und haben Der geholfen Und Der Neuling Der bei uns war Hat im Nachhinein Ein paar Infos rausbekommen Mit der Aussage Dass er dann Heiltrank bekommt Weil der echt Hart Verletzt war Genauso wie auch Liam Und Larissa Die sich da Ach und Krach Neben der Person Die da am Kämpfen war Hingezogen hat Und das alles Mitgekriegt hat Und Ja Nach den Informationen Hat Der Neuling Ihm den Trank gegeben Und der ist dann einfach Vor Husten Nach hinten umgekippt Larissa hat sich Um ihn gekümmert Und es hat sich herausgestellt Dass das Gift war Ähm Durch Zumutigen Worten Und das Rausschicken Der Person Die das Gift Überreicht hat Lief es dann auch Relativ gut Wir haben einen kleinen Schatz gefunden Die Taschen wurden Voll gemacht Und wir sind Rausgegangen Vor der Vor dem Badeding Kamen dann noch Einige Kultisten Die gesagt haben Nach Motto Lasst den Scheiß hier Und ihr könnt gehen Gesagt getan Larissa ist einfach Weil sie eh nichts hatte Mit den Stark verletzten Mannen Weitergelaufen Lucrezia kam Direkt hinterher Und die anderen Haben glaube ich Auch die Sachen Abgegeben Und sind losgegangen Und da hatten wir Aufgehört Ja Warte mal Ganz kurz Moment Ja das große Kind Ist gerade vom Sport Nach Hause gekommen Ich sehe gerade Du hast noch die alten Token drin Auch noch mit Kimmet Ja genau Danke dass du mich Das Und das alte Bild Von Liam Ja gut aber da Habe ich total vergessen Dass es geändert wird Ja 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 Aber Kimmet ist noch drin Danke Aber ich ändere das auch Direkt weil Ich brauche einfach nur In die entsprechenden Ordner gehen Einmal Gut Ich mache das so Eben nebenbei Also Ihr Trefft euch Zwischendurch Na genau Ihr habt aufgehört Es geht ein Zwei Tage vorbei Und dann Trefft ihr euch Wieder Zur Besprechung Larissa ist leicht Abgehetzt Weil sie nicht dort Wo die anderen War Geschlafen hat Sondern woanders Was mache ich denn hier Und kommt leicht Abgehetzt Aber pünktlich Bei euch an Ihr seid ja schon da Ja Seit einer gefühlten Ewigkeit Aber man sollte ja immer Etwas pünktlicher sein Als Ein Watt Bin ich zu spät? Ich hoffe nicht Nein Wir wollten uns Jetzt ungefähr Treffen In dem Zeitraum Perfekt Dann habe ich es doch noch Rechtzeitig geschafft Habt ihr euch gut erholt? Nun Wenn man sich Erholen kann Wenn man Neue Glaubenssätze Lernen muss Und Bei den Worten Siehst du Dass er Sich einmal An den rechten Oberarmen Fässt Geht oder soll ich es mir Anschauen? Geht Okay Perfekt Ja Lucretia Ja Habt ihr die Information schon mitgeteilt? Ne Ich habe noch gewartet Auf dich Okay Wir haben nämlich Und ist Etilium und Ina Fira dabei angeschaut Den Mann Aus dem Badehaus Noch Ähm Begleitet Dass er heile dort ankommt Und nicht unterwegs Zusammenbricht Und Lucretia hatte die Idee Noch ein paar Fragen zu stellen Und wir haben Einige Informationen bekommen Lucretia Wenn ihr so lieb wird Na klar Also hinter allem Scheint die Mutter von Mordlock Zu stecken Und Sie Will wohl die Flammende Faust Verdrängen Und Großherzogin werden Und Mordlock Meinte Dass Wenn das geschieht Das passieren könnte Dass mit Baldustor Das gleiche passiert Wie mit El Torell Da sollten wir uns Unbedingt drum kümmern Und er hat uns noch Den Rat gegeben Dass wir lieber Über seine Brüder gehen sollten Zuerst Und dann erst Nicht Seine Mutter Und er Rät uns auch Lieber Keine Leute Leben zu lassen Beziehungsweise Die Gegen uns Aussagen könnten Wobei er auch Da meinte Dass es gar nicht Dazu kommen sollte Dass wir lieber Keinen Überleben lassen Sollten Der eine arbeitet Irgendwo In Nalauer Taverne Auf deutsch heißt die Leuchtende Laterne In einer Leuchtenden Taverne Und Ja Der arbeitet In einer Leuchtenden Taverne Und Arbeitet Irgendwie mit Geld Was er Den Kultisten Gibt Oder womit Er die Da bezahlt Da kümmert Der eine Bruder Sich drum Und nicht Die Mutter Und der andere Der ist Eher zu Hause Im Anwesen Und Spielt Eher mit Seinen Teufelchen Die sich Unsichtbar Machen können Nimae Darf ich Einen Wurf machen Ob mir der Name einfällt Wie die heißen Die Werden Auf Teufelchen Einfach Genannt Ah Okay Also die Heißen Auf deutsch Tatsächlich Teufelchen Ich weiß Dass es Imps Sind Ja Imps Ist der Auf deutsch Ja Die heißen Auf Die heißen Tatsächlich Teufelchen Auf deutsch Ja Ja Imps Ja Der spielt wohl mit Seinen Imps Deswegen Wollten wir das auch Lieber hier erzählen Weil Wir sind im Gespräch Die wissen von uns Und Bevor ein Imp Der sich unsichtbar Macht Und Belauscht Will ich lieber ein bisschen Vorsichtiger sein Natürlich könnte auch Einer hier sein Aber Es ist sicherer Hier als draußen Auf der Straße Das heißt Dem einen Bruder Entziehen wir die Geldmittel Und Es tut mir so leid Zu sagen Er unterstützt die Erzfeinde Meiner Gottheit Wäre nur toll Wenn sie nicht leiden Müssen Kurz und schmerzlos Das ist sowieso Schon schlimm genug Aber dann sollen sie Wenigstens nicht leiden Was ist schmerzlos Also Das Geld Mit den Entziehen Ist dann Kurz und schnell Schmerz Das war Bei den Dann Es hieß Der andere Sei kränklich Wo ist der zu finden Wie mal Die Info Hatte ich euch gegeben Da war einer kränklich Ja Ist das der Zu Hause ist Ja Der Im Anwesen Das ist glaube ich Derjenige Der sich mit den Imps auseinandersetzt Den werden wir Im Anwesen finden Eben versuchen wir Zur Vernunft zu bringen Auch wenn er sich mit dem Aufwärtspack einlässt Ein Versuch wäre es wert Mögen unsere Götter Uns dabei helfen Und leiten Sollten wir Aufbrechen Doch Wen suchen wir Als erstes auf Wie geht Köller Amrik Als sie Sehen wir uns erst Um jemanden Anderen kümmern Wie zum Beispiel Um den Ich gehe davon aus Sehen wir uns Um den Schwachen kümmern Ist die Mutter dort Und der Andere Bruder Kann uns In den Rücken Fallen Die Brüder Verstehen sich Auch nicht wirklich Vielleicht Könnten wir das Auch zu unserem Vorteil nutzen Haben wir doch mit Mordlock Mitgekriegt Wie viel sie auf Familie geben Da ist das doch ein Sehr wichtiger Bestandteil Ich habe schmerzlich Selbst gelernt Wann brechen wir auf Ich bin soweit So Ja Ich auch In der Leuchten in Laternen Richtig Richtig Das ist korrekt Und ich habe euch Den Ort schon freigegeben Oh diese Stimme Ja Ja ich weiß Wir sollten unterwegs So tun Als Wenn nichts wäre Und damit würde Larissa Aufstehen Und äh Die Andeutungen Machen Loszulaufen Ja Und ihr Würde ohne Probleme Bei der Taverne Ankommen Ich gehe davon aus Dass ja gegen Frühabend Abend losgeht Das würde bei der Taverne Ja Sinn machen Nicht wahr Yes Stimmt Hatten wir eigentlich Dynamisches Licht An oder Aus Wir hatten es erst an Dann gab es aber Probleme Und haben es Glaub ich Dann ausgemacht Ja okay Okay Ja aber ich Das wenn man jetzt Immer wieder Dann ein Und ausschalten Muss Ihr dürftet Nichts sehen Korrekt Richtig Korrekt Dann gib mir mal Im kurzen Moment Dann regle ich das Sofort Yes So ihr habt auf jeden Fall Schon mal Lutesa bleibst du bitte stehen Ihr habt schon mal Einen kleinen Bereich Frei Yay Und dann ziehe ich euch Schon mal das ganze Das ganze Schiff Hier schon mal So Weil die Taverne Ist nämlich ein Schiff Aha So Ihr geht auf dieses Schiff Zu Was diese Taverne ist Und könnt sehen Dass es halt leicht Umgebaut ist Ähm An mehreren Ähm Stellen sind Versteckte Bretter Angebracht Es sind einige Ähm Die Treppe Zu diesem Steg Ist halt ein bisschen Umgebaut Damit man dort leicht Darauf und runter kann Es ist stark Verankert Und Ihr könnt halt Von oben Auf dem Hauptdeck Sehen Dort ist niemand Außer Ein paar Raben Aber Es führt eine Treppe Hinein Und Ihr hört von drinnen Auf jeden Fall schon Lautes Gerede Musik Das typische Was man so In einer der Werner Erwartet Ja So Gretzja da Ah Ich bin da Okay Entschuldigung Weil du nicht auf der App bist Deswegen Da Dachte ich Frag ich mal Auf einen schönen Abend Ich hatte den anderen Einmal zugezwinkert Ja Dann lasst du ihn so lang Klop Er war drunter Ja Gut Ihr geht rein Und betretet Die Taverne So sich mal eben Einmal ein bisschen Ich mach eben ein bisschen Was freimachen So Das ist das Was ihr Ein gut gefüllter Schrankraum Mit Unterschiedlichen Klientel Alles eher so ein bisschen Weniger Gut betucht Eine Tür Die Zugeschlossen ist Und In einen Anderen Bereich Führt Von der Taverne So wie Eine Treppe Die nach Unten Führt Und Und bevor ihr fragt Niemand in diesem Schrankraum Kommt einer Beschreibung Von Amrik Gleich Und ja Der Kenku Ist übrigens Bedienung Das ist auch das Was euch sofort Auffällt Dass halt Hinter dem Tresen Ein Kenku Steht Der Die Getränke Ausgibt Und neben dem Tresen Ist noch Auffällig Eine Dame Eine etwas ältere Dame Die mit einer Etwas größeren Krabbe Dort sitzt Und quatscht Uff Ja Ich bestell mir ein Bier Du kriegst ein Bier Und Hättest du gefragt Geht's noch irgendwie weiter Oder Der Kenku zeigt halt nur auf die Treppe Vielen Dank Kann mir mal was aus Lucretia Ja Was möchtest du tun Also Du hast ja Schon gesagt Dass keiner jetzt Raussieht Ja Ich würde zu der Frau Mit der Mit der Krabbe Gehen Und Würde so Darf ich mal kurz stören Natürlich Ihr redet mit einer Krabbe Das finde ich gerade Ein bisschen ungewöhnlich Ach Glaub mir Ihr werdet noch Weitaus ungewöhnlicheres sehen Hat denn so eine Krabbe Was Interessantes Willst du erzählen Diese ja Darf ich daran teilhaben Das ist eher sowas Zwischen ihr und mir Ah Verstehe Aber Genießt eure Drinks Ich hoffe es gefällt euch Hier bei mir Gehört Euch dieses Dieser Tavern Ja Das ist Meins Tavern aus dem Schiff Gefällt mir Es hat einen besonderen Flair Und dann Sie zeigt sie so Auf die Leute Die hier trinken Und die scheint Den Leuten ja zu gefallen Also ist das Man kriegt das Meer Aus einem alten Seemann Nicht raus Oder Seefrau in meinem Fall Aber Dann Schlägt sie so ihre Dreht sie sich ein bisschen um Schlägt die Beine Nur ein bisschen so übereinander Wieder Und du merkst es halt Dass so ein bisschen Die Gelenke steif sind Bei ihr Also da ist wohl schon So ein bisschen So der Gich Drinnen Ne Irgendwann will der Körper Nicht mehr Da muss man sich Was anderes suchen Das ist doch gut Aber wenn du noch Ein zweiter Standbein Und eine Verwendung Weil das Schiff hat Ich beugne sie so Kurz vor Ganz ehrlich Das ist schon richtig Aber Ich wäre lieber Wieder draußen Auf See Das sei die Salzige Windluft Zu riechen Das Schaukeln Des Schiffes Das Geschrei Der Männer Ich vermisse es Ich bin bisher noch Nicht mit einem Schiff gefahren Oder habt ihr was verpasst Vielleicht bekomme ich ja Noch die Gelegenheit Auf jeden Fall Und dann dreht sie sich weg So Für sie ist das Gespräch beendet Also das heißt natürlich Du kannst doch trotzdem Sie noch was fragen Wenn du willst Also Eine Sache noch Wo führst du runter Was finde ich da Noch weitere Räume Ja ja Unten ist noch Ein weiterer Schrankbereich Und Andere Sachen Dann werde ich mir das Natürlich auch noch Angucken Ja Ich wünsche euch einen schönen Abend Wünsche ich euch auch Dann würde ich mich Zu meinen Gefährten Umgucken Ob Irgendjemand Mit runterkommen möchte Ja Und eine Andeutung machen Dass ich jetzt runtergehe Dann geht ihr hinunter Und kriegt folgendes zu sehen Mit mal Bierchen in der Hand Einen weiteren Ausgebauten Raum Mit einer Mit einem Tresen Einen weiteren Kenku Bediensteten Weniger Gäste Und hinten in einer Ecke Sitzt ein Mann In auffällig Guter Kleidung Und schwarzer Leder Kleidung Hinter ihm Ich verstehe auch nicht Warum das Ding Immer so angezeigt wird Äh Moment Das muss man weg Ähm Hinter ihm steht Ein etwas Bulliger Mensch Der Etwas Würde Schein auf ihn Aufzupassen Wo kommen wir runter Hier bei der unteren Ah nee warte mal Der ist da tatsächlich zu sehen Das ist das Der ist nicht weg Da sitzt tatsächlich Ein Teufel Ihr könnt sehen Dass hinter dem Tatsächlich ein Teufel Auf der Lehne sitzt Wo hinter ihm Auf der Lehne sitzt Sitzt tatsächlich ein Teufel Und lächelt Vergnügt vor sich hin Und dann bekommt ihr Einmal ein Handout Von mir Oho Und da auch Und daneben auch Ja Entschuldigung So Ähm Genau Ich würde mich da Erstmal so Alibimäßig An den Tisch Daran stellen Dass der gerade Da leer ist Der Typ da oben Sieht nach unserer Beschreibung aus Richtig? Das seht ihr sofort Dass der sehr ist Und Was scheint da zu sein Guter Witz Oh Gott Oh Gott Nimm mal Halt wieder Stamm Das sieht so creepy aus Du hast die Augenbrauen Vergessen Oh stimmt War nicht creepy Oh lass das so Lass das so Könnte auch ein Segelschiff sein Über den zwei Möwen kreisen Lasst euch nicht von meinen Von meinem Gemahle ablenken Alles klar Du bist eigentlich In meinem Status Fast Zack ab im Status Ist ja nicht so Dass ich irgendwie Krampfhaft versuche Clips zu produzieren Das ist der Moment Wenn der DM Clown zum Abendessen Gegessen hat Apropos Clips Ist ja trotzdem Schlimmär, dass jemand Clipen könnte Dann muss ich es Wieder nicht suchen Ich habe keine Ahnung Wie das geht Glut hat doch bestimmt Ahnung Oder? Mhm Dankeschön Ja, also Hatip Ich musste gerade den Tab Finden rechtzeitig Du darfst agieren Wie gesagt Dir wird der Vortritt gelassen Hier Ja Wie wollen wir vorgehen Ich habe Auf Losstimmen Dürfen wir wahrscheinlich Nicht so richtig Zu Erfolg führen Die anderen Gäste Sind mich aus Normale Gäste Sind die Jetzt irgendwie Das sieht aus Wie normale Gäste Was dir Zwischenzeuglich auffällt Ist, dass halt Während du ihn so beobachtest Geht halt Eine Person zu ihm hin Sogar Setzt sich kurz dahin Dann quatschen die ganz kurz Und dann siehst du Wie der Geldbeutel Und wieder ein Geldbeutel Hingeschoben wird Von Amrik Zu dieser Person Und diese Person Unterschreibt eben Einen Zettel Und geht dann wieder Nun Finanzielle Mittel Sicherstellen Damit er nicht Weiter Damit nicht weiter Kult Anhänger Finanziert werden können Auch wenn er nicht Mehr da ist Das wird jetzt Leider am Tisch Geflüstert Wir sollten auch hier Vorsichtig sein Nicht, dass hier noch Von den kleineren Teufelchen welche sind Wird ja ausgescheitert Niemal Ja Ich würde mich gerne mal So ein bisschen umschauen Im Sitzen Vor allem Die Belichtung hier Ob irgendwelche kleine Schatten An den Wänden sind Als das hieß Wenn das so Wenn das so eine Lampe ist Ob die sich gerade bewegt Und allgemein so Nicht auf die Leute Sondern eher auf die Umgebung Ja Lampen sind hier Die wegen sich auch ein bisschen Es ist aber relativ gut ausgeleuchtet Also Es ist nicht hell Ihr habt schon so ein bisschen So ein bisschen dämmeriges Licht Ne Also das ist für die Leute wichtig Die Ab und her Es ist nur leicht dämmerig Also ihr habt hier keine Nachteile Aber es ist halt Nicht alle Ecken sind perfekt ausgeleuchtet Dann würde ich vor allem Die, die nicht so gut ausgeleuchtet sind Mal beobachten Kannst du machen Soll ich was würfeln? Brauchst du nicht Okay Weil dir tatsächlich nichts auffällt Schade Ja Ich würde So Mein Bier Lug Träts ja mal So hinschäb Ich gehe probier mal meins Und würde mich dabei Ein bisschen So nach vorne beugen Während ich Mein Becher So Zu ihr hin reiche Oh ja gerne An den Ecken Wo kein Licht ist Kann ich nicht wirklich was erkennen Und irgendwelche Schatten Auch nicht wirklich Also besteht die Möglichkeit Dass wir nicht belauscht werden Weiß es nicht Und schmeckt Ja wunderbar Viel besser als meins Ich werde mir danach auch noch so eins holen Auf jeden Fall Habe ich wieder normal hingesetzt Hm Liam Ihr meintet Geld Mittel Sicherstellen Bei ihm Also offiziell Als Flammende Faust Auftreten Das könnte gehen Ja Wie ist es doch Dass wir Dass die ein Problem mit der flammenden Faust haben Was ist wenn man Erstmal Agenten mäßig Also Dorthin geht und sagt Dass wir hierher Dass einer von uns dorthin geschickt wurde Aber ne Das passt nicht Ich es mitgekriegt habe Bis einem Geldverleihgewerbe Wenn wir es tatsächlich Tarnen wollen Dann als Kunde Als Gruppe Aber wir sollten da nicht alle zusammen hin Das würde auffallen Ich würde mit ihm reden Larissa Begleitet ihr mich? Kann das vielleicht Liam machen? Fabian ist auch Liam Mhm Oder Inafira vielleicht? Du bist so still Ist alles gut bei dir? Ja Ich war nur Noch Ein bisschen in Gedanken Wartest du Ein bisschen Abenteuer? Ähm Entschuldige Möchtest du mit Lucrezia mit? Oder lieber bei mir bleiben? Ich würde gerne lieber bei dir bleiben Ich denke Liam kann sich da Besser unterhalten Als ich Dann ihr zwei Okay Ja Ähm Äh Liam würde Inafira einmal den Arm leuten Und Da du ja noch etwas über Gottheiten Lernen möchtest Kannst du dich ja gerne darüber mit Larissa unterhalten Sie weiß Sie weiß denke ich auch sehr viel Wachsam falls das Gespräch nicht in die Richtung geht Sie Ihr Vorhang Oder vielleicht genau in die Richtung vorgeht äh Vora geht Larissa würde ihn da Vierer anschauen Du Du willst was über Götter wissen? Mhm Okay Ich war in der Zelle und hab angefangen zu beten Aber ich wusste gar nicht genau zu gehen Larissa steht auf Schnappt sich so das Bier Setzt sich Instant neben Inafira Dreht sich so in ihre Richtung Flüstert ihr zu Behalt die anderen bitte im Blick und gib mir ein Zeichen Also Du möchtest was über Götter wissen Mein Gott ist Und dann würde ich halt Was über mein Gott sagen So über Imata Gottesleidens hier und da Und Was ich so gemacht hab Was so meine Aufgaben waren Warum ich unterwegs bin So Pilgerreise Ein drum und dran Ich Blubber dich da jetzt mit meiner Gottheit vor Du siehst Inafira so ein bisschen überfordert Und immer den Kopf nicken Und dann so Aha Okay Also sie redet nicht so schnell wie ich jetzt gerade Sondern langsamer Ich hab nur ein bisschen schneller geredet Dass sie anderen gleich machen können Ich erzähle das schon Und wenn du da Fragen hast Kannst du die da direkt stellen Die werden ausführlich Beantwortet Dass meine magische Kraft von meinem Gott kommt Und Ja Okay Du siehst trotzdem ein bisschen Überforderung In Inafiras Gesicht Weil sie bis jetzt halt nur Liam Scott kannte So Er hat ihr auch schon ein bisschen erzählt Dann versuche ich das Auch wenn sich das blöd anhört Versuche ich das so zu erklären Wie es am Kind erklären würde Okay Das ist glaube ich angebrachter Ja Bei ihr auf jeden Fall schon Ja So Dann bin ich kurz Mute Und hör euch zu Genau Lucreta würde sich dann Ähm Ihrem Ziel nähern Bevor du dich hinsetzt Aber noch stehen bleiben Bevor du dich hinsetzt Ja ich setze mich natürlich nicht Also ich bleib vorher stehen Also Während du in die In die Nähe kommst Die Kiste steht noch draußen Ja Bevor du dann kommst Geht vom Tresen Kommt tatsächlich so ein Breitschultiger Mann Mit rotblonden Haaren Zopf Stellt sich zwischen dem Sessel und dir Guck dich an Und du willst Über das geschäftliche reden Mit dem Herrn dort Hält so kurz die Hand Vor dein Gesicht Dreht den Kopf so leicht Zu Amrik Amrik nickt kurz Ja dann setz dich Danke Dann setz ich mich Ganz kurz einen Moment eben einmal Kurz meine Frau begrüßt Ja dann kriegst du so ein Handzeichen Dass du dich setzt Na dann setz du dich Ähm Handzeichen stellen sich Werden zwei Gläser Bier hingestellt Zwei kleine Was kann ich für euch tun Mein Name ist Zaza Und ich habe gehört Bei euch kann man Geldmittel Besorgen Ja Ihr wollt euch etwas leihen Das ist natürlich Weniger das Problem An was für eine Summe habt ihr denn gedacht Also so viel habe ich leider nicht Bevor ich hier über eine Summe rede Wie läuft dieses Geschäft Nun Das ist natürlich immer ganz davon abhängig Wie viel Ihr benötigt Aber Sagen wir mal so Im Prinzip ist es so Ich lauere euch das Geld Für einen festgesetzten Zeitraum Und nach diesem festgesetzten Zeitraum Zahlt ihr mir das Geld Zusätzlich die Zinsen zurück Sonst irgendwelche Klauseln Auf die man achten muss Nun Das einzige Worauf ihr achten solltet Ist dass ihr mir Das Geld zurück zahlt Sonst Könnt ihr das Sagen wir mal so Ich bin nicht so jemand Der Gerne bittet Ich Verleihe Geld nur an Verlässliche Geschäftspartner Wie weist man sich Als verlässlich Tja Das schätze ich Tatsächlich Ab Wie ihr euch hier vernimmt Und was Und er zeigt auf seinen Kameran hinterher Mein Partner mir hier so Zustimmt oder nicht Habt ihr ihm gefallen So was hab ich noch nie gesehen hier Ja Werdet ihr auch so schnell nicht wiedersehen Da glaubt man dran Was ist das für eine Kreatur Eine Kreatur Cool Das geht dich nichts an Oh Ich wusste nicht Dass du reden kannst Tut mir leid Tut mir leid Nun An was für eine Summe habt ihr gedacht Ja Also sollte jetzt eine Vielleicht eine kleine Expedition sein So etwa 2000 Gold Das ist schon nie gerade wenig So viel Gold zu organisieren Wird ein Zwei Tage dauern So viel hab ich nicht dabei Das wäre auch Wahnsinnig So viel Gold mit sich rumzuschleppen Wenn ihr versteht Ich hab auch gar nicht erwartet Dass Das sofort vonstatten geht Das sollte natürlich kein Problem sein Wie lange? Angedenkt ihr zurück zu zahlen Ein Zwei Oder dreizehn Tage später Ja Dreizehn Tage Hören sich gut an Also 2000 Gold Die Expedition wird einige Tage dauern Bis wir wieder hier sind Und das Team Geld wieder aufgetrieben haben 2000 Gold Für dreizehn Tage Das ist machbar Gut Könnt ihr haben Die Rückzahlungsgebühr Und sagen wir so Nach den dreizehn Tagen Schuldet ihr mir 3000 Gold Das ist eine sehr hohe Summe Tja Dafür stelle ich keine Fragen Und wenn ihr An andere Wenn ihr andere Möglichkeiten Hättet an Geld zu kommen Oder andere Sponsoren Die Naja Vielleicht Durchaus auch Eure Unternehmungen Hinterfragen könnten Dann wärt ihr nicht hier Aber sagt Was für eine Expedition ist das denn Nur so aus Neugier gefragt Ihr müsst natürlich nicht antworten Das wäre tatsächlich Lieber eins Was ich für mich behalten würde Was Dichs doch Nun ich gehe davon aus Dass dabei eine hohe Goldsumme rauskommt Das ist sehr schön Daher würde ich das Lieber für mich lassen Ja Wirf mal bitte Deception Ja Das mein Freund ist Sehr gut Wie gesagt Ich werde euch Dieses Gold mit Freuden Geben Aber darauf Lasst uns anstoßen Und er winkt Wieder eine Kellnerin an Die Bier wieder hinstellt Und die anderen Becher Direkt wegräumt Er nimmt seinen Becher hoch Prost Ich tue es ihm gleich Und Prost Ja Und dann äckst er sein Bier Ich versuch's auch Machen wir mal Ein Konstitutionsrettungswurf Ja Du Eckst das Bier weg Setz den Becher ab Und irgendwie Irgendwie ist dir komisch Das Bier war wohl Nicht ganz gut Irgendwie war's schlecht Das ist der letzte Gedanke Der dir durch den Kopf geht Als dein Kopf Auf den Tisch aufknallt Ihr anderen Könnt sehen Wie Lucrezia Das Bier abstellt Und dann sofort Bewusstlos zusammensackt Wir können ihn nicht öffnen Ja Ich wollte wissen Wie er reagiert Genau Larissa Wenn sie das mitkriegt Hält sie direkt Stille Und wird halt direkt ausspringen Um zu Lucrezia zu rennen Ja Liam, bist du gemutet? Oder? Ja Weil Liam steht da direkt Soll ich auch Irgendwo dann Äh Ne, brauchst du erstmal nicht Okay Das wäre der Moment gewesen Wo Liam sein Schwert Einfach Abgeschultert hätte Ja Ja Soll ich mal gucken Aber ich glaube nämlich Tatsächlich Dass du Für den Kampf Über raus bist Ja Du bist raus Wird sich zeigen Erstmal Ja Wenn ihr eine Möglichkeit habt Die wieder reinzuholen Dann könnt ihr halt immer noch Kann er sich immer noch Neu Kann er sich einwürfeln Ja Aber du bist schon zu Beginn Der Kampfrunde Ähm Kampfunfähig Also bist du Er kann sich Auf jeden Fall Einmal reinrollen Er würfelt sich dann rein Wenn ich sage Dass er sich reinwürfelt Und nicht wenn ihr Da reinbrüllt So Punkt aus Ende der Diskussion Das ist mal so Ja Weil der Punkt ist einfach der Und das ist halt eben das Er ist zu Beginn des Kampfes Kampfunfähig Also würfelt er sich erst Am Ende der Kampfrunde Ein in der er Wieder reingesetzt wird Das ist nämlich der Punkt dahinter Ähm Darf ich ganz ganz kurz was sagen Ja Ähm Lucrezia Ja Magst du dir das Symbol reinmachen Weil das durchgestrichene heißt Tod und das Also durchgestrichene ist bewusstlos Du kannst auch Ähm Was viel besser Ja genau Dann kannst du das bewusstlose Da reinmachen Das ist Das sag ich Genau Wunderbar Dann Ist er dran Als erstes Ähm Pipipipipi Was macht er denn Ihr habt Reagiert Du springst auf Äh Liam Hast du eine Waffe gezogen Zu kampfen Ja Gut weil Dann stellt er sich nämlich Bei dir hin Und denkt sich so Neh mein Freund Zwei Und drei Der strich Dich Strich Strich Er strichert rum So Äh Er sticht Dreimal Auf dich Ein So Er würde dich treffen Ja Das passiert dann auch Gut Dann bekommst du das erste Mal Sechs piercing damage Das zweite Mal trifft er dich für acht Und das dritte Mal für fünf Ich würde mal in der Musik umschauen Ich glaube ich habe irgendwo auch noch eine Kampfmusik Und dann ist sein Zug beendet Und in der Vierer darf Ja Äh Sie geht natürlich direkt hin Ähm Ähm Über die Kaden Äh Das war das Goldingbold Ja Äh Hat wahrscheinlich auch schon direkt gesehen Dass äh Wiem angegriffen wurde Ja Das Oh Ist durchaus sichtbar Ähm Es wirkt einmal Gildingbold auch Den Obwohl den Gildingbold ist Doch kann ich machen Ohne dass es irgendwen trifft Ne Ähm Gildingbold ja Ja Oh ich muss mal eben kurz auf meinen GM Layer Weil Dieser eine Text der da über euren Token steht Das geht mir gerade richtig auf den Keks Äh Das trifft nicht Okay Das war's Ja Larissa Yes Bin ja aufgesprungen Ja Ich will da hinrennen Was kannst du tun Oh Gott ist das Eklig hier Ich muss mal eben einmal Guck Garte eben ganz Bevor du dich bewegst Ähm Ja Okay Ich muss mal eben kurz zwei Tokens tauschen Weil Der hat einen Namen Der steht da Und der nicht So Äh Okay Ja Nee Äh Du kannst durch die Leute Durch die Leute Bis auf denen der bei Liam steht Durchlaufen Also die Anderen drei Würden nichts machen Da musste ich mal eben einmal kurz Nachschauen Wie die sich verhalten im Kampf Ja Dann würde ich Erstmal da wo Jetzt Der Zeiger ist Erstmal hinlaufen Mhm Und Äte jetzt Erstmal Ein Zauber gewirkt Ja Gut Bläst Du Zauberst Bläst Yes Auf Mich Ina Vierer Und Liam Gut Das tust du Dann dürft ihr euch alle Dieses Flügelchen Mit dem Heiligenschein reinmachen Das ist mein Bläst Symbol Was ich festgelegt habe Ja Bitteschön Ja Dann was das Yes Gut Du hast göttliche Magie gewirkt Das findet der hier natürlich nicht schön Ja Der sieht auch mein göttliches Zeichen Ja Das mag der überhaupt nicht Äh Deswegen haut er einmal mit so einer Gabel nach dir Der trifft ja aber nicht Und er versucht hat dich noch zu beißen Äh Der trifft aber auch nicht Liam Ja Eine Hand geht auf Lucretias Rücken Mh Aktion Fünf Punkte Lay on hands Ich entziehe Gift aus seinem Körper Das ist okay Was kannst du machen Machst du sonst noch was Ja Bonus Aktion Greift mich an Ich werde etwas sauer Mh Okay Du gehst in Rage Rage Gut Dann Ist der Schläger hier dran Der zu Die Leibwache von Amrik Die mit seinem Golben Versucht dich zu hauen Und dich trifft Für vier Genau Jetzt beginnt deine neue Kampfrunde Und jetzt Darf Lucretia sich einwürfeln Weil du Zu Beginn dieser Kampfrunde Die Augen öffnest Ja Toten auswählen Iniziativen Das meine lieben Freunde Ist der Hintergrund Warum ich gesagt habe Bewusstlose bleiben Bewusstlos bis zum Ende der Runde Ja Und er ist dran Ah Er sieht Er hat zwar gesehen was er gemacht hat Aber er geht weiter auf Sein Ziel vor ihm Und Triff dich zweimal Mhm Einmal für acht Und einmal für sieben Und dann War es sein Zug Ina Vierer Mhm 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 Ja Äh Äh Garibot hat nicht so gut funktioniert Äh Ja Oh das trifft auf jeden Fall Ähm Genau Äh Lucretia Larissa Liam Ihr dürft mir einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen Ach Ja Ja Stimmt Ich hab nicht dran gedacht Ah Ja 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 Mist Ah So die anderen beiden machen auch einen Sorry So Larissa Mittlerweile müsst ihr es doch wissen Du bekommst elf Cold Damage Und darfst mir einen Konstitutionsrettungswurf für Blast machen Ja Okay Okay du kannst die Konzentration behalten Ähm Ina Vierer schmeißt eine Scherbe aus Eis nach vorne Sie zerplatzt an Amrik und verteilt sich links und rechts um dich herum Ähm Oh warte mal Ne warte mal Nimm das mal eben zurück Da ist ein Pfosten zwischen euch Der gibt dir ein bisschen Cover Du darfst mit Vorteil auf Decks würfen Ja Und jetzt muss ich nur einmal sehen Wenn du eine 15 schlägst Dann kriegst du keinen Schaden Also ich muss den linken Wert nehmen Weil du hast ja schon eine 12 gewürfelt Mhm Also okay Es bleibt dabei Ja Gut Die nehmen aber auch Schaden Den Eisschaden Die beiden Ja Einen Moment ganz kurz Ja Das ist die chemistische Schäden Dank D location D Ja. Ja, meine Frau hilft mir gerade verzweifelt, einen Retourenschein zu finden. Okay. Ja, das war dein Zug. Yes. Achso, ich bin ja gar nicht dran stehen. Nee, jetzt bist du. Ja. Ähm, Spirit to Weapon ist keine Konzentration. Ja. Gut, dann taucht hinter ihm eine Spirit to Weapon auf. Ja. Ich muss doch irgendwann wieder einen Token machen dafür, ne? So. Yes. Einfach irgendwie so einen Hammer. Ihr macht das anders. Wir nehmen das mal eben raus. Äh, du kriegst mal die Stadtwache dafür eben einfach. So. Haha, ich hab meine Stadtwache beschworen. Ja. Hilfe, Hilfe, ich bin in Gefahr. Da. Er ist überschützlich, ne? Äh, ja. Das ist ein Treffer. Yes. Genau, ihr beschwört einfach Johnny. Oh, Johnny. Nein. Ähm, ja. Ich würde um mein heiliges Symbol greifen. Mhm. Und einfach nur sagen, möge Ilmata dich abscheuliche Kreatur dorthin schicken, wo du hergekommen bist. Mhm. Und hinter ihm taucht einfach ne magische Waffe auf und der ist so abgelenkt von mir, dass die Waffe eben richtig auf den Hinterkopf hauen kann. Ja. Gut. Das war's. Das war's. Er ist ja noch dran. Ja. Moment. Oh, ich hoffe, das Schieben hört man nicht so. Ach. Ah. Er findet das aber gar nicht gut, was mit ihm was anfängt. Er findet das so nicht gut, dass er eins nur würfelt. Haha. Ah. Keiner ist heute noch. Naja, auf jeden Fall geht ihm das grad so ein bisschen auf den Keks und dann würde er sich hierhin bewegen. Ich darf zuhören? Nein, darfst du nicht. Okay. Schade. Weil er hochfliegt und dann weckt. Er hat Flyby. Ah. Tatsächlich. Lucrezia. Ja. Als Aktion würde ich meinen Glaive erscheinen lassen. Mhm. Und als Bonus Aktion den Hexblade Curse auf Amrik. Ja. Und dann? Das war's. Okay. Alles gut. Hier. Ja. Mir fällt nicht, wo der Teufel steht. Du robotiertst hier ist bei mir ein bisschen. Oh. Ähm. Ist das nur bei mir oder bei euch auch, das Glut? Bei mir auch. Okay. Bei mir auch. Bei mir auch, ja. Ja. Ich kann nicht ändern. Ich gehe davon aus, dass du Amrik angreifen möchtest? Ja. Gut. Dann mach deine Würfe. Äh. Aber vorher Bonus Aktion. Äh. Thunder's Might. Ja. Äh. Bei Turm, du wirst niedergestreckt. So. Und jetzt treffe auch rein. Ja. Zack. Ich nutze meine, äh, Shanna Divinity Guiding Strike. Mein, ich kriege plus 10 auf meinen Angriffswurf. Ja. Dann triffst du. Dann kommt der Schaden noch drauf. Ja. Und er muss einen Stärkerettungswurf schaffen. Was hab ich denn hier gemacht? Ah, fuck. Äh. Äh. Mist. Ähm. Wieviel hat der? Warte mal. Er hatte das weg. Er hatte, glaub ich, noch keinen Schaden. Doch, doch, doch. Er hat durch das Iceknife Schaden gekriegt. Ach, durchs Iceknife. Ich hab nur versehentlich, äh, Minus, Minus 14 eingetragen statt Minus 14 und dann war das Ähm, Sandra Smite, jawohl. Ähm, und der Stärkerettung war gegen? Äh, Stärke, damit er nicht, äh, weggeschleudert wird. Äh, ja. Wie viel Meter wird er weggeschleudert? Äh, 10 Fuß und ist prone. Okay. Dann ist er prone. Ähm, da ist prone erstmal so. Gut. Das war's? Nein, Bewegung. Ja. Gut. Das war's. Dann ist der dran, der denkt sich, okay, fuck off, ich geh hier hin. Äh, in der Fähre, du würdest einen Opportunity Tag bekommen, wenn du möchtest. Äh, ja. Ich überleg grad nur. Äh, ob sie überhaupt eine Waffe in der Hand hat. Ja, ein Skimming Tag. Ja, damit darfst du einmal versuchen zu hauen. Ja. Aber das trifft nicht. Und dann schlägt er auf. Du gräts ja ein, weil ich habe nämlich vorhin in deiner Runde eine Sache nicht vernommen von dir. Mhm. Du hast nicht gesagt, dass du aufstehst. Stimmt. Das heißt, er greift mit Advantage auf dich an, schlägt er auf dich nieder. Kann ich jetzt noch Shield casten? Shield casten kannst du, ja. Ja, das mach ich dann. Dann hast du eine... 19. 19. Er trifft dich trotzdem mit beiden Angriffen und du kriegst insgesamt 13 Schaden. Also du liegst zwischen den Couch, zwischen Couch und Tisch liegst du noch so und du siehst nur, wie dieser Schläger plötzlich über dich steht, seinen Streitkolben so einmal so verkehrt rumnimmt und dann zweimal wie so ein Fleischklopfer auf deine Rippen eindrischt. Dann ist er dran. Er steht natürlich auf. So. Das findet er nicht schön, was hier passiert. Mhm. Mhm. Und jetzt passiert etwas, was euch nicht gefallen wird. Fupp. Und zwar... Das passiert. Alles in diesem Gebiet ist... äh... Unterrauch. Ich muss mal gucken, macht der... Was heißt, 20 Fuß oder... Oh, warte, ich muss in der Fähigkeit mal eben lesen. Nicht, dass es nur weniger ist. Nee, 10 Fuß sogar nur. Entschuldigung, ich hab das von dem Falschen genommen. Das ist ein bisschen viel. Das war zur Hälfte, grad... Blau. Ja, ja, ja. Äh, so sieht das nämlich aus. Da ist alles voller Rauch. Und dann... Ja, ihr könnt nix sehen. Er bewegt sich. Ich schiebe ihn mal kurz ein bisschen zur Seite. Und dann... Okay, ja. Nina, Fira... Du bist dran. Mhm. 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 Ich... Äh... Ja, gut. Äh... Moment. Frostbeite meinen Gegner, der bei mir steht. Du möchtest auf den Hauen, der bei dir steht? Ja, sehe ich den? Ja, sehe ich den? Nein, du bist komplett in Rauch eingehüllt. Du siehst nichts da drin. Ja, ne? Okay. Also mit Nachteil an Frostbeiten. Ne, wenn du Frostbeiten, wenn du sagst, Target you can see, kannst du das gar nicht machen. Äh... Dafür müsstest du aus dem Rauch raus. Ja, ich kann sie, stimmt. Stimmt, stimmt. Also ich gebe dir einfach einen Tipp. Geh einfach zwei Schritte nach hinten. Ja. Dann bist du aus dem Rauch raus und dann kannst du das Ziel auch sehen. Und dann kannst du auch sehen, dass er hier hinten steht. Ah, okay. Und gerade versucht, nach oben zu rennen. Äh... Ja gut, ich bin schon ein bisschen nach hinten gegangen. 20... Ich kann... Nochmal... Ja, obwohl ich kann auch nach stehen bleiben, theoretisch. Und meinte ich in den Guiding Balls hinterher. Ja, kannst du versuchen. Äh... Aber der trifft nicht. Okay. Ich rufe aber noch, dass er... Ja, das kannst du rufen. Das ist okay. Larissa. Ja. Ja, ich halte mich hier fest. Also da am Geländer. Ja. Und würde dich hier raustreten. Ja. Sehen. Ich sehe ihn. Ja. Ja, so. Eigentlich, genau genommen würdest du ihn aufgrund dieser, ähm... Treppengelände, die nach oben gehen, nicht mehr sehen. Also, du siehst... Du kannst ein bisschen was erkennen. Er hat... Aber sie ist ja was hinterher gerufen. Ja, genau. Du weißt, dass er da lang ist. Ich will nur damit sagen, genau. Wenn du irgendwas auf Sicht machen willst, musst du dich noch ein bisschen bewegen. Ja. Ich komme zu ihm aber ran. Ja, alles gut. Und, ähm... Ich werde... Toll the dead. Toll the dead. Okay. Funktioniert nicht. Ah, was für neue Entragern. Das ist sein Wisdom saving for Gaggan. Hat er geschafft. Okay. Also, brauchst... Kann ich zugefüllen. Ja. Und meine... Für Two Weapons kann ich... Warte, kurz gucken, wie viel Fuß... 30 Fuß. 30 Fuß. Ich sehe das Vieh da oben. Und kannst... Ich gehe irgendwo hin, beschwören hier oben. Ja, du kannst sie bewegen, nicht beschwören halt, ne? Ja. 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 Weil zu mir kann ich sie nicht rufen, das ist... Ja. Ja, dann hier in dem Bereich bitte einmal hinziehen. Und der greift da an. Dann mach bitte deinen Wurf. Da. Ah. Hm. Ja. Das reicht. Der ist tot. Also, was heißt tot? Du machst... Die Waffe schlägt hin, ne? Diese... Dieser... Was hast du gesagt? Das ist ein Hammer... Streitkolbenschwert, was... Das ist... Das ist so... So ein Hammer. Das ist so ein Hammer. Dieser Hammer schwingt durch ihn durch und wirklich durch ihn durch, weil in dem Moment, wo er ihn berührt, siehst du einfach, wie sich dieser... Dieser Teufel in schwarzem Rauch auflöst. Mein Gott hat mir geholfen, ihn da hinzubringen, wo er hingehört. Lucrezia. Ja, also ich stehe auf. Ja. Und siehst vor dir nichts. Ich bin im Rauch drin, oder? Ne, du nicht, weil du nur ganz wenig den Rauch berührst. Du stehst direkt am Rand davon. Okay. Ich würde... Du weißt, dass vorhin noch einer vor dir gestanden hat. Ja. Also wenn du ihn versuchst anzugreifen, würfelst du mit Nachteil. Ja. Ich... Ja, ich... Okay, ich versuch's. Ich greif den an mit. Hm. Und... Das ist die Hexblade-Clave hier. Ah, mit Vorteil... Mit Nachteil. Entschuldigung. Ich rufe einfach nochmal, ne? Ja, rufe noch einmal, genau. Okay. Damit triffst du nicht. Gut, ähm... Dann würde ich... ...hier hinlaufen. Alter, laufen noch. Und an sich dürfte ich ja nicht sehen. Äh, kann ich auf das Feld von der... Von der Waffe? Ja, ja, da kannst du drauf. Also wieso nicht, kann ich nur noch zwei Felder... Auf zwei Felder kann ich ja laufen. Ja, genau. Ich schieb die Waffe mal zur Seite eben einmal. So, bitte. Genau, und dann... ...caste ich noch Mystic-Step. Mhm. Das reicht nicht. Ja. Ja, ich kann... Äh, hier hin. Gut. Du castest Mystic-Step auf die Tischgruppe. Machen wir mal bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Okay. Ach, Mann. Ähm, Larissa? Du siehst, wie... ...so auf dem Tisch, so halb auf dem Tisch und halb auf den Hocker, Lucrezia vor dir erscheint mit ihrer Gläfe in der Hand und dann siehst du nur noch, wie auf einer Seite der Barhocker zur Seite wegglitscht und Lucrezia einfach nur noch auf dem Rücken landet. In einer... ...Kanonade von Hockern. Ich kann sie nicht irgendwie versuchen, noch als Reaktion festzuhalten. Ah, schade. Unlucky! Äh, du bist Brown. Ja, ich such's schon. Woosch! Liam! Ich ahne, was kommt. Ja. Er nutzt seine Aktion zum Daschen. Mhm. Und positioniert sich hierhin. Ja. Und Bonus-Aktion. Äh, ich nutze Necrotic Shroud. Mhm. Jeder in... ...10 Fuß... ...Umkreis von mir. Muss ein Charisma-Rettungswurf bestehen. Muss ein Charisma-Rettungswurf bestehen. Ui... ...Aaah. Auch wir? Ja, auch ihr. Das ist jetzt ein bisschen unlucky für ihn. Charisma-Rettungswurf. Warte, da kommt vier oben drauf, aber es bringt wahrscheinlich nicht so viel. Hm, who's fightin'? Alla. Okay, das war's? Äh, das... ...was. Entschuldigung. Alles gut. Okay, der da oben bewegt sich. Sieht hier Inavira. Haut zu. Äh, Inavira wird einmal getroffen für acht. Okay, und dann greift der untere Schläger Liam an. Weil du hast jetzt die Wächter von dieser Taverne angegriffen. Triff dich aber nicht. Ja, machen wir mal bitte einen Stärke-Wurf. Stärke oder T-T-Gow-Urf macht keinen Unterschied. Mhm. Okay. Äh... Das ist natürlich interessant. Warte mal, es sind hier... Ich muss mal kurz was gucken. Bei ihm. Quatsch, nicht Stärke. Er macht ja den Wurf. Okay. Äh, er rennt durch dich durch. Und verschwindet nach oben weg. Er hat seine Aktion genutzt und hat einen Akrobatik-Wurf genutzt, um durch dich durchzutouren. So, das heißt, er ist eins, zwei, drei, vier, sechs. Hier oben rennt er raus. Inavira. Ja, wer hat mich jetzt einmal gegriffen? Nö, der Typ vor dir. Oh, warte mal, die hier hätten sich noch bewegt. Die hätten sich runter zu Liam bewegt. Und der eine hätte dich auch noch... Ach, ja, 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 ja. Die beiden hätten dich auch noch angreifen dürfen. Entschuldige. Das muss ich jetzt leider machen. Das war... Du hast fünf... Das macht einmal fünf Schaden. Und einmal sieben. Und noch einmal fünf. Jetzt genommen 17. Nee, das darfst du nicht zusammenrechnen. Durch seinen Rage kann er jeden Schaden einzeln enthalbieren. Ja, ja, klar. Aber ich hab's für mich grad... Äh, ich hab letzte Runde nicht angegriffen. Hast du keinen Schaden bekommen? Ich hab auch keinen Schaden bekommen. Okay, dann ist der Rage vorbei. Entschuldige. Alles gut. Ja, stimmt. Und du bist down. Du bist aber übrigens bewusstlos. Die haben dich tatsächlich bewusstlos geprügelt. Also, die bringen keinen um. Deswegen brauchst du das X nicht reinmachen. Ina, Vierer. Ja, gut. Ich sehe Liam grad nicht. Okay. Ähm. Nee, war nur für mich, ob ich jetzt da hinrenne oder nicht. Oder den angreife. Äh. Kann ich die Rage überhaupt anwenden mit den Komponenten? Ich glaub nicht, ne? Was meinst du mit den Komponenten? Du musst nur eine Holzwaffe in der Hand haben. Ah, okay. Also, du kannst Chililay nicht auf deinen Skimmeta verwenden. Du müsstest dafür einen Holzknüppel haben oder einen Kampfstab. Ich hab einen Quarterstaff. Ja, den kannst du mit Chililay verzaubern. Äh. Dann müsste ich meinen Skimmeta wegtun, ne? Genau, als freie Aktion müsstest du die Waffe wechseln. Ja, dann würde ich das auch machen. Und mein Quarterstaff dann mit Chililay verzaubern. Muss ich da draufdrücken? Nein, brauchst du nicht. Du müsstest in deinem, ich müsste, also Entschuldigung, in deinem Charakterbogen müsste ein... Ein D8 sein, ne? Du müsstest, kannst du mal bitte... Und ein D6. Äh, nein, darum geht's gar nicht. So. Da müsste einmal, hab ich das... Ach, den hab ich natürlich nicht drin, ne? Das ist einmal zweihändig und einmal einhändig. Es geht darum, dass du... Ich schreib dir den mal eben einmal... Äh... Stuff... Und dann mit... Es ist H für Chililay, ne? Mhm. Äh, weil du greifst ihn mit Wisdom an. Und das ist relevant. Ah, okay. Äh, und zwar der ein... Und du machst auch einen D8 Schaden damit automatisch. So. Das ist jetzt Chililay. Okay. Weil das ist ganz wichtig, du machst es nicht mit Stärke, sondern mit... Ja. Dann greif ich den an, der mich angegriffen hat. Oh, damit triffst du. Und das tut dem auch ordentlich weh. Und du merkst... Ah, mit der Kraft deiner... Äh, mit den droidischen... Mit den droidischen Naturgöttern... Ne? Gittert schon. Mhm. Weil auch Druiden-Power ist göttliche Macht. Ja. Gut, das war's? Ja. Larissa? Erste Frage. Habe ich noch Angst vor... Nein. ...Bludsemp-Charakter? Okay. Du merkst automatisch, okay... Das ist vorbei durch ihn. Du siehst auch, dass die Züge der Wächter sich jetzt ein bisschen entspannen, wo er bewusstlos auf dem Boden liegt. Ja. Dann versuche ich, an den Wächtern vorbeizulaufen. So, Entschuldigung, ich muss aber ganz schnell durch. Entschuldigung. Ja, die sind ein bisschen perplex. Ja, okay. Du musst dich tatsächlich durch den Einversuchen durchzudrücken. Also, die sind ein bisschen... Die lassen dich jetzt nicht einfach so vorbei. Also, du kannst entweder turnen, das ist das, was Amrik gemacht hat, dann würfelst du auf Akrobatik. Und dann, äh... Oder... Du musst... Versuchst dich, äh... Durchzuringen. Das ist mit Stärke, also mit Athletik. Ey, ich versuche mich da so durch zu... Akro... Also Akrobatik so drüber. Du möchtest turnen, ja. Und dann durch. Ja, genau. Ebenso, genau. Entschuldigung, Achtung, Vorsicht! Dann würfel einmal Akrobatik. Ich mache einmal einen, äh... Der macht einmal einen Stärke-Rettungswurf dagegen, weil er standhaft bleiben will. Gegen deinen Akrobatik-Wurf. Und den hat er geschafft. Der ist stärker als du. Äh, der zieht mich so am Fuß zurück. Beim Stier... Ey, Moment, Moment, Moment. Nicht so schnell hier. Das wird jetzt erstmal geklärt. Da läuft grad jemand weg, der... Ja, ja. Da kümmern sich die oben drum. Ach, die machen doch nichts. So, das ist wirklich schon genug Diskussion. Ja. Also an denen kommst du nicht vorbei. Ja. Und das war auch deine Aktion. Äh, Bonusaktion ist noch Spirit to weapon. Ja. Weil ich gesehen hab, dass da jemand zu Inafira geht. Genau, du kannst... Und die jetzt da nochmal ganz schnell... Ja, der Rauch verzieht sich jetzt auch so langsam. Ja. Ja, dann geht die hier rüber und dann darf die hauen. Oh, das trifft. Was? Lucrezia. Also an sich sind die ja gerade beschäftigt mit Larissa, oder? Der eine. Der eine. Du kannst gerne versuchen, bei dem anderen durchzukommen. Ja, das versuch ich. Das gleiche Spiel. Ja, ich versuch durchzutonen. Okay. Oh, du musst eine... Ja, komm. Du musst eine 3 schlagen. Und du würfst eine 2. Dankeschön. Auch bei dir ist... Hey! Hast du das nicht gerade gehört, was deiner Freundin da gesagt worden ist? Hier bleiben. Richtig. Flammende Faustangelegenheit. Ja, das könnt ihr gleich mit uns in Ruhe erklären. Liam braucht nicht würfeln. Den nehme ich aus der Initiative raus. Und dann greift er an. Schlägt zweimal auf Inafira. Und Inafira hat eine 14 und wird einmal für 6 getroffen. Und dann rennt er weiter und rennt aus dem Gebiet hier raus. Und ihn nehme ich aus der Initiative. Er ist euch höchstwahrscheinlich entkommen. Jo. Inafira. Ja, es ist ja noch eine Minute. Das heißt, ich schlage weiter in meinem Kortus darf. Was darfst du tun? Du bongst ihn weg. Jo. Ist doch schön. Ich renne natürlich dann zu den anderen. Ja. Dann siehst du, dass ein großer Haufen gedöhnt ist. Und ich glaube, wir können den Counter hier beenden. Nicht wahr? Ja. Ja. Hätte eine mich noch fest. Ne, also der hält dich mit dem Arm so ein bisschen weg. Du wirst nicht festgehalten. Also der hat quasi gesehen, dass du vorbei willst. Und hat den Arm dazwischen geschoben. Und hat dich dann einfach so mit Kraft ein bisschen zur Seite geschoben. Ne, der hat sich dann so dazwischen gestellt. Ist okay. Ich bleib. Kann ich wenigstens ihm helfen? Ja, was ist denn der? Dem geht's gut. Keine Sorge. Der lebt. Ja. Dem geht's gut. Das sehe ich. Ich würde ihm gerne aufhelfen wollen. Ja, wir helfen dem schon auf. Und du siehst, einer von den anderen packt den jetzt, zieht den hoch. Die anderen nehmen ihm erstmal seine Waffen ab. Komplett. Und dann wird er hier hinten auf diese Hocker gepresst. Und unsanft, Liam, wirst du gerade wachgeprügelt. Wird geprügelt? Ja, er kriegt so ein paar harte Backpfeifen. Dann darf ich... Ah, Entschuldigung. Gibt's denn was? Dann hätte ich mich da eingemischt, weil ich weiß, wie impulsiv Inavira sein kann. Könnt ihr das bitte, bitte, bitte. Hört auf damit. Ja, ich hör auf an. Bitte. Ich kann das nicht ansehen. Ich kann das erklären. Liam, du wirst nach. Er wollte euch nicht angreifen. Äh? Ich hatte selber Angst. Da kann er nichts für. Er wollte aber euch nicht wehtun. Und die eine guckt dich ganz skeptisch an. Äh, Liam, du wachst auf und du schaust in dein grimmiges Gesicht eines Tavernen, äh, äh, Wächters, der dich ganz böse anschaut. Ja, der mich grad anschaut. Ich hätte ihm mein heiliges Symbol gezeigt. Ich könnte das nicht mit mir selbst ausmachen, wenn er sowas wirklich tun würde. Du darfst gerne einmal auf Überzeugung würfeln. Ich reagier da gleich drauf. So, Liam, wie möchtest du darauf reagieren? Mhm. Also erstmal spuck ich das Blut, was in meinem Mund wahrscheinlich ist. Ja, 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 ja. Hey, Tom, ihr wisst gar nicht, was ihr gerade, äh, äh, dass ihr gerade den Untergang von Beidus Gate hervorgerufen habt. Ich weiß, dass ich jemanden zur Strecke gebracht hab, der meint, er kann sich hier aufführen wie sonst wer. Und wenn ihr euch da kabbelt, ist uns das scheißegal. Aber wenn ihr anfangt, uns da mit reinzuziehen, habt ihr ein Problem. Und ihr verpisst euch jetzt aus dieser Taverne. Haben wir uns da verstanden? Wir wollen euch hier nie wiedersehen. Ihr habt gerade das Schicksal von Beidus Gate. Ja, ja, komm, 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 du, ja, 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 komm, du, Held. Und du wirst unsanft nach vorne gestoben. Du wirst weggestuft. Ihr hört ja schon immer zu. Ja, ja, komm, du, Held. Komm, verpiss dich. Und du wirst die Treppen hochgeschubst. Ich stelle mich dagegen. Ich kann alleine gehen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Du wirst trotzdem so ein bisschen gedrückt, weil deinem gesundheitlichen Zustand wirst du nicht unbedingt die Kraft haben, sich dagegen zu stemmen. Aber man merkt den leichten Widerstand. Das ist in Ordnung. Und die zwei von den beiden begleiten dich nach draußen. Ich lauf hinter denen her. Ja. Ja, ihr habt noch was von mir gehört. Ja, der Dritte hat die Sachen von dir. Der läuft tatsächlich hinterher. Und wenn ihr oben angekommen seid, schmeißen sie das auf die Steine, deine Sachen. Und jetzt zieht Leine. Als wir da stehen und draußen sind, schreit Lucrezia einmal so wütend einmal in die Nacht, ist es ja, ne? Mhm. Und, ähm, wozu hab ich diese ganze Macht? Nichts krieg ich hin. Erst die Sache mit dem Feuerball unten. Jetzt hier dieser Müll mit... Dass ich da in den Stühlen lande. Dass ich dich erkenne, dass das Gift ist. Also sie redet sich da in Rage und guckt sich noch um, ob sie irgendwas sieht. Aber es ist ja dunkel. Du siehst aber relativ, trotzdem seht ihr relativ schnell Blutspuren auf dem Boden. Weil ihr habt ihn schon ordentlich verletzt. Da hältst du dann plötzlich so innen und so... Seht da! Blutspuren! Liam, ähm, wie geht es euch? Können wir gleich hinterher oder braucht ihr eine Pause? Geht schon. Übrigens, was ihr jetzt merkt, ist das eingebrannte Symbol auf seinem Handrücken fängt an zu leuchten. Und er fässt sich selber einmal auf die Brust, ein Stoßgebet zu Turm und ich nutze hier den Händen zu heimlich. Weiter, wir dürfen ihn nicht verlieren. Oh, Entschuldigung. Siehst du dennoch nicht aus? Das ist egal. Wenn wir nicht aufhalten. Zwei oder neun? Niemals. Äh, ich weiß nicht, warum du zwei Werte drin hast. Das weiß ich gerade auch nicht. Aber es ist die neun. Okay. Dann kriegst du nochmal neun Heilungen, wo sie gesagt hat, gut siehst du immer noch nicht aus. Liam. Er lächelt dir kurz zu, nimmt seine Sachen und angeschlagen wie er ist, taumelt er einfach zielgerichtet vorwärts. Ihr folgt diesen Blutspuren eine Weile, es ist gar nicht so weit, dann führen sie ums Eck in eine kleine Seitengasse und am Ende dieser Gasse, an die Wand gelehnt, könnt ihr Amrik erkennen. Ich gehe auf ihn zu. Hm, keine Reaktion. Sieht er lebendig aus? Das kannst du bei dem Licht überhaupt gar nicht einschätzen. Er sitzt, er liegt angelehnt an der Wand, Kopf im Schoß, überall ist noch viel von dieser Blutspur zu sehen. Lucrezia geht auch hin, also schnellen Schrittes, aber bleibt nicht ganz an ihn ran, bleibt ungefähr so in zehn Fuß, wenn es geht, entfernt. Und richtet die Kleve auf ihn und würde mit dem, also er ist dann mit dem Stumpfteil hinten, ihn anstupsen. Als du ihn anstupst, sackt dieser Körper von ihm seitlich weg und ihr seht, wie der Kopf von ihm wegrollt. Dann nimmt sie gleich wieder die Kleve in Kampshaltung und zieht sich um. Marissa suckt einmal komplett zusammen und hält die Hände zu einem Gebet hin und würde einfach nur sagen, möge er jetzt in Ruhe ruhen und seine Fehler ihn verzeihen werden. Ihr hört eine Stimme in der Gasse ertönen. Was hattet ihr mit ihm zu tun? Und euch kommt die Stimme bekannt vor. Ihr könnt sie aber gerade nicht zuordnen. Ich hau mich um und suche quasi die Person. Da kannst du jetzt gerade nicht ausmachen. Ja. Beidus Geld schützen und die Welt von diesem Unrat zu befreien. Dann hörst du, Liam? Seid ihr das? Ja. Und aus dem Schatten tritt eine Frau, die ihr schon einmal kennengelernt habt, die mit euch zusammen unten gewesen ist. Und zwar steht vor euch Rhea Mantelmorn. Für dich ist das die Dame, die dich befreit hat mit. Rhea, ihr seid's. Ja. Und sie würde einmal so auf die Knie fallen, die ist fix und fertig gerade. Die weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann guckt sie so zu Amrik. Er hat sich nicht so gefreut, mich zu sehen. Und dann spuckt sie aus. Was für ein Zufall, dass ihr auch hier seid. Unser Glück. Ja, Zufall. Nennen wir es so. Es war auch so ein bisschen, also nicht ganz ernst gemeint, dass es ein Zufall war. Und wieder bündelt ihr mein Unvermögen aus. Tja. Jetzt steht ihr schon zweimal in meiner Schuld. Aber was wolltet ihr von diesem... Drecksack? Leider ihm, leider Gottes, das, was ihr gemacht habt. Er steht in Verbindung mit den Kultisten, die wir unten im Badehaus zu tun hatten. Ja, seine Familie. Das war ich befürchtet. Er ist eventuell für den Untergang von Eltenreiz verantwortlich. Und mit Baldur's Geld wollen sie das gleiche tun. Als du den Untergang von El Torell erwähnst, merkst du, dass sie kurz zusammen zuckt. Was ist mit euch? Kommt ihr aus El Torell? Ja, also... Ja. Ihr müsst wissen, ich gehöre eigentlich nicht zur flammenden Faust. Ich habe mich hier eingeschlichen. Und meine Tarnung ist wohl auch ein wenig aufgeflogen. Deswegen bin ich aktuell eher auf der Flucht. Ich bin hier, um nach Savios Crack zu suchen. Dem Held von El Torell. Er soll nach Baldur's Geld geflohen sein, nachdem das mit El Torell passiert ist. Und ich habe gehört, dass er von diesem Abschaum gefangen gehalten wurde. Oder wird. Es dir als El Torell verschwand, war ich einige hundert Meter, vielleicht ein paar Kilometer, ein oder zwei Kilometer entfernt. Und ich sah noch, wie das Licht des Gefährten erloschen ist und sich zu einer schwärzlichen Kugel vergrümmte. Und dann mit einem Schlag war da nur noch dieser Krater und die ganze Stadt war einfach weg. Ich konnte sie nicht beschützen. Und sie öffnet kurz so ein bisschen ihren Mantel, den sie die ganze Zeit immer getragen hat. Und ihr könnt da drunter eine Rüstung erkennen, die definitiv nicht von der flammenden Faust ist. Und auch mit einem ganz anderen Symbol verziert. Und ja, Leute mit Übungen in der Geschichte erkennen sofort, dass das das Zeichen von den Höllenrittern aus El Torell ist. Religion geht auch. Weiß ich das auch so, wenn ich in der Nähe gebohnt habe? Ja, du weißt das ja auf jeden Fall dann. Ja, ja. Ich bin an beidem geübt. Ich kannte ja auch die Geschichte. Genau, genau. Deswegen, ihr erkennt sofort, also bei Rea scheint es sich um eine Höllenritterin zu handeln. Braucht jemand kurz eine Erklärung, was ein Höllenritter ist? Ich? Ja. Die Höllenritter sind quasi sowas wie eine Art Eliteeinheit in El Torell gewesen. Das waren spezielle Ritter, ein spezieller Ritterin, der ausgebildet worden ist, der unter anderem unter Zariel, dem Erzengel Zariel, gekämpft haben. Und die Höllenritter sind doch die, die zusammen mit Zariel nach Avernus geritten sind, um dort den damaligen Erzfürsten zu bekämpfen. Ich glaube, das war... Ich muss mal eben einmal ganz kurz schauen, welcher das war. Das war... Ah, der hat so ganz gut... Ich muss eben einmal gucken. Das war... Oh, wie hieß der denn noch? Irgendwas mit B war das, glaube ich. Bell? Bell könnte sein. Bell ist wahrscheinlich... Ich glaube, Bell ist derjenige, der vor Zariel... Genau, genau. Ah, wer hat das gelangt? Genau, Bell war das. Danke, danke. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich heute was zu den Höllenrittern erzählen muss. Andere Kampagne. Okay. Habe ich aussehen. Ja, alles gut, alles gut. Auf jeden Fall, um dort gegen den ehemaligen Erzherzog zu kämpfen, also den damaligen noch Erzzug. Die Geschichte von Zariel ist ja, dass sie in diesem Kreuzzug gefallen ist und vom Erzengel zum Erzteufel mutiert ist und dadurch sind die Höllenritter sind dort geflohen, haben Zariel ihrem Schicksal überlassen, sind nach El Torel zurückgekehrt und dadurch in Ungnade gefallen. Und gerade hier in Beidos Gate wisst ihr aktuell durch das Verschwinden von El Torel, wofür auch die Höllenritter teilweise verantwortlich gemacht werden, macht man gerade sehr gerne Jagd auf Mitglieder dieser Gruppierung. Dann tröstet euch das vielleicht, dass ihr den Schritt, also den Untergang von Beidos Gate vielleicht verhindert habt, zumindest ein Stück weit. Wenn wir das eventuell woanders besprechen. Und was machen wir mit ihm? Nee, du könnt ihr liegen lassen. Die Ratten werden ihn schon finden. Ja, da ist halt dann noch mein kleines Schlussgebet und bin dann aufgestanden. Ich glaube, wir sollten hier weg. Aber wohin? Zurück in die Kaserne? Rea, habt ihr einen Unterschlupf? Ich habe durchaus einen Unterschlupf. Ähm, dort können wir ihn noch zur Not ein wenig verscharren erstmal. Ist nicht weit weg von hier, wir sollten es schaffen, es vielleicht hinzubekommen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir... Ich hoffe, ihr nehmt mich mit und ich hoffe, ihr habt vor, weiter gegen diese Familie vorzugehen. Das habt ihr doch. Gut, dann würde ich forschen... Wir haben einige Informationen. Dann schlage ich. Wie Charissa schon meinte, das ist ein Unterschlupf. Dann helft mir, die Teile von ihm zusammenzutragen. Ich habe den Kopf. Über Schleichwege bringt sie euch zu einem kleinen Haus, in dessen Keller ihr die Leiche verscharren könnt erstmal. Und im oberen Teil des Hauses setzt sie dann Tee auf und gibt euch was notdürftig zu essen. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn wir schnell gegen die Familie vorstoßen müssen, oder? Ja, gewiss. Wir haben einige Informationen schon über die Familie. Wir hatten einen von den Brüdern unten im Badehaus noch getroffen. Ja.